Ja moin, ich wollte nur ein kleines Intro machen. Heute gibt es wieder zwei Partien aus meinem Stream. Und zwar haben wir gegen Bubba gespielt. Falls ihr noch mehr Videos sehen wollt, dann abonniert bitte den Kanal, denn ich versuche dieses Jahr noch die 1000 Abos zu erreichen und ja, vielleicht schaffen wir es ja noch. Danke Leute und viel Spaß mit Bubba. So, direkt sprinten. Ich wollte gerade sagen, hier kommt man nicht durch. Hä, wo? Oh, oh mein Gott. Ja, gut, dass wir das gesehen haben. Gut, dass wir das bemerkt haben. Klappt das? Oh, ich liebe das. Wir haben einen Bubba. Oh, das ist ein Totem. Ja, er macht das, er macht, das ist die richtige Entscheidung. Er wird mich jetzt früher oder später nicht bekommen. Problem ist, ich würde diesen Gen hier gerne machen. Aber hier ist nicht... Ja, genau das ist das Problem. Weil ich habe nämlich keinen Sprintbus ready. Ja, das habe ich mir, das habe ich gehofft, dass er es macht. Das habe ich irgendwie gehofft, dass er da irgendwie das Mindgame macht. Uh, uh, es war vielleicht ein Fehler von mir. Aber er kommt eh nicht so weit. Ja, okay. Oh, Glück gehabt. Ich dachte, der hat irgendwie dann doch mehr Charges, als ich irgendwie vermutet habe. Muss man sehen. Ja, respektiert. Leute, so schwer ist es gar nicht gegen Bubba. Wie alle immer denken. Ich habe... Ich habe ganz viele Fragen gerade. Ich habe ganz viele Fragen gerade. Okay, er hat mich jetzt wieder verlassen. Wieder eine kleine Heilung, Leute. Dankeschön. So, das hier ist meine Befreiung. So, mein Freund, let's go. Okay, diesen Bug hatte ich noch nie. Let's go. Deswegen mag ich Sprintboost. Okay, was war das denn für ein brillantes Mindgame gerade? Oh, mein Gott. Also, deswegen mag ich Sprintboost. Ja. Wenn man es ready hat. Was man natürlich versuchen sollte, es ready zu haben. Dann kann man die Killer schön veräppeln. Ich habe auch das Gefühl, dass mein MMR wieder total gesunken ist. Was ganz nett ist. Weil da nicht so viele Schwitzer kommen. Hat er irgendwas nicht gerafft? Der Felix? Hat er irgendwas verpasst? Ah, kommt. Ja, so wird das nix, mein Freund. So wird das nix. Oh, mein Gott. Ja, er hat gewartet. Okay, ich hatte... Okay, ganz ehrlich. Ich hatte... Jetzt hatte ich gerade wirklich Angst. Das war auch... Also, ich hatte gerade richtig Angst. Und keine Palette. Why? M1? Ah, okay. Das ist nicht optimal. Ja, ist jetzt auch nicht optimal. Aber wir müssen es so nehmen, wie es kommt. Ja, die schmeißen wir noch nicht. Viel zu früh. No. Ja, nette Idee. Nette Idee. Was hat er da vor? Wetten? Ja, also wie gesagt, Leute. Mit Arnold und Troster zu üben, bringt sehr viel. Das ist ein Baby-Bubba. Ich glaube, der Bubba ist okay. Weil der kriegt die... Immerhin kriegt er die anderen Survivor ja auch, ne? Darf man jetzt auch nicht vergessen. Nur ich weiß halt nicht, wie gut die anderen sind. Das wäre jetzt die andere Frage. Ach. Ja, moin. Ich habe gar keinen... Ich dachte, ich habe einen Sprintboost. Oh, das ist so ein Fail, Leute. Ich dachte, ich habe einen Sprintboost. Ja, das ist kein Problem. Ich habe Befreiung. Alles easy, Leute. Alles easy. Alles easy. Alles easy. Hauptsache, er geht in den Schrank. Ich habe zwar keinen Entscheidungsschlag, aber ich werde einfach trotzdem richtig frech einfach raus. Ich kann ja nichts dafür, dass sie da alle... Alle hängt. Habt ihr euch ja selber irgendwie ausgesucht. Wisst ihr was? Ich kann retten gehen. Ich gehe retten. Dein Kumpel muss mit dir entkommen. Ne. Che crazy. Ganz im Ernst. Was machen die denn da? Okay, es ist schwierig, aus dem Keller zu retten. Und im Endeffekt ist das ja auch gar nicht so schlecht für uns. Hey, Mero Gaming, wie geht's dir? Im Prinzip ist es ja auch nicht so schlecht für uns, weil... Dadurch haben wir halt mehr Zeit für die Generatoren. Die Frage ist jetzt halt... Okay, sie macht hoffentlich das Tor da hinten auf. Vielleicht als Ablenkung. Damit ich... Ja. Das andere Tor... Okay, ich habe ihn gesehen. Den Buber. Hab ich gesehen. Oh nein. So wie zum Thema. Ich komme zu 100%. So viel zum Thema. Ja, 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 ja. Ja, da kann ich dich nicht holen, mein Freund. Das sieht dann doch schlecht für mich aus. Muss man mal ganz nüchtern so sagen. Hier. Für dich. Nein, nein, nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Oh mein Gott. Irgendwie habe ich es ja schon verdient, ne? Okay, ich denke, ich kann entkommen. Und der andere wird nicht entkommen. Der ist entkommen. Okay, ganz ehrlich, dieser Felix hier, ne? Das ist ein Gott. Ja, Mipsoft, wie geht's dir? Wirklich. Das ist ein Gott. Okay. GG's. Wie heißt der eigentlich, dieser Felix? Wir sind raus, wir sind raus. GG. GG. Let's go. Es ist ein Buber. Hehehehe. Hehehehe. Nein, Lipsoft Oh, der hat ganz spät Connected Ganz spät Oh Gott, okay Ich habe ein ungutes Gefühl In den Keller Hoffentlich nicht in den Keller In den Keller Hier ist halt nichts Das ist eine Dead Zone Ja, er hat Ich glaube, er hat mich Oh, die Luke Nice GG's Ja, ich glaube, er hat mich Vielen Dank.